Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Der Dustin ist heute hier und voll cool, deine Schwägerin ist auf die Idee gekommen. Deine Schwägerin war es, ne? Und meine Frau, ja. Und deine Frau hatten angerufen und haben einfach mal an deinem Geburtstag einen Termin mit uns vereinbart. Für welches Bier es hing? Ein Septum. Septum, okay. Wie alt bist du jetzt geworden heute denn? 33. Ja, aber da siehst du ja auch nicht nach aus, ne? So, Haare liegen gut auf jeden Fall, haben wir gerade schon gesagt. Nicolo hat seine auch schon in Form gebracht. Genau. Ja, genau. Was machst du? 1,2er Hufeisen oder 1,6? 1,2. Okay. Wir haben uns für 1,2 entschieden. Okay. Ich stehe Ihnen jetzt schon in der Stadt, klar, das sind der Zitter immer. Dann kann man auch loslegen, ne? Okay. Und ich warne dich auch nicht vor, ich pieße es einfach. Das finde ich gut. Jetzt muss ich mal auf die andere Seite. Dann fixieren wir jetzt erstmal die Zange. Und die Zange sitzt. Kopf einmal ein Stückchen nach unten. Ja, doch. Andere unten. Und sitzt perfekt. Augen sind zu. Dann hast du auch ganz schnell dein Septum. Und Septum ist gestochen. Und fertig. Das war's schon. Voll durchgeknallt, ne? Ja, aber super schnell, ne? Ja, da bin ich ein bisschen nachgewackelt. Kommen schon die Tränchen? Ein bisschen, aber nicht schlimm. Ja, aber das ist nochmal bei der Nase. Dann geh ich jetzt auf Abstand. Du hast ja gesagt, wenn du Tränchen machst, dürfen wir es nicht pusten. Ja, das geht ja. Ja, viel ist da jetzt auch nicht rausgekommen. Dann machen wir den Schmuck drauf. Also Leute, ihr merkt zu Hause, irgendwie hat der Nicolo den Stuhl heute anders gestellt. Ich komme gerade nicht klar. Und der Schmuck ist drin. Jetzt sehen, tun wir auch nichts. Und da ist es. Dann machen wir noch die Kugel drauf. Wenn ich Tränenaugen habe, habe ich mir besonders blaue Augen. Nein, das stimmt. Und dann hast du dein Septum. Dann schrauben wir noch eben die Kugel fest. Wie lange hast du jetzt überlegt, dir das Piercing machen zu lassen? Oder war das jetzt so eine Ad-Hoc-Aktion? So zwei Jahre. Ah, doch. Und nie getraut, oder? Ja, wir hatten... Warte, hier sofort. Ja, ist jetzt ein bisschen... Ja, alles gut. So Kugel ist... Ich höre mich komisch an, weil die Nase jetzt mit den Fingern zu ist. Ich war es nicht kurz. So, und Kugel ist fest. Dann bringen wir es in die richtige Position. Und du hast das Septum fertig. Steht dir auf jeden Fall. Tat doch nicht wirklich weh? Das ist halt Nase, ne? Deine Frau sagt schon, oh, findest du gut, ja? Ja, wir hatten vorher halt ein Tattoo gestochen auch und so Kleinigkeiten. Okay. Und dann jetzt, das ist perfekt. Ja, das war super. Sehr gut. Aber ich finde es cool. Passt zu dir. Das war auf jeden Fall der Typ. Finde ich gut. Na, wollte sie gerade durch der Haarpracht gehen. Und nix. Aber die Mütze fehlt. Ja, schön, dass du da warst. Dann wünschen wir dir auf dem Weg erstmal noch einen ganz, ganz tollen Geburtstag. Mal gucken, welche Überraschung noch alles bekommt. Aber ich denke, jetzt reicht erst mal, ne? Alles klar. , was it makes. Bis zum nächsten Mal.